Nintendo hat ja Universen geschaffen. Eigentlich haben ja alle gedacht, Nintendo ist tot und wenn die Wii nicht erfolgreich ist, dann war es das. Anybody under 30, you know, their first experience was a Nintendo console. Super Mario war bei meiner Einschulung dabei, Super Mario war beim Führerschein, beim Abitur dabei. Wir hatten ja eine Super Mario Hochzeitstorte, eine vierstöckige, also Super Mario. Mit unser Leben lang begleiten. Hallo, it's me, Mario. Nintendo hat Videospiele zwar nicht erfunden, aber die japanische Firma hat sie in über 30 Jahren wie keinem Mitbewerber geprägt. Das Tempo für Taschentücher, Q-Tip für Wattestäbchen, das ist Nintendo für Videospiele. Der Markenname ist synonym für eine ganze Industrie geworden. Nintendo-Spiele sind seit Jahrzehnten allgegenwärtig. In Cafés, in Kinderzimmern, auf Schulhöfen, in Bussen und Bahnen. Der erste Kontakt mit Videospielen läuft in der Regel für Kinder über Nintendo-Konsolen. Nintendo-Figuren sind die bekanntesten Spielefiguren überhaupt. Keine andere Serie hat sich besser verkauft als Mario und die Pokémon. Von Beginn an war die Faszination von Videospielen bei Kindern so groß, dass es Eltern unheimlich war. Und Nintendo als Marktführer geriet unter Generalverdacht. Stundenlang jault, knallt und brüllt es aus dem Kinderzimmer. Und bei dem Versuch der Eltern in diese Welt einzudringen, werden sie häufig mit dem sogenannten Nintendo-Blick gemustert. Sag mal, bist du nicht ganz richtig im Kopf? Ich rede mit dir! Der Sohnemann sieht's gelassen. Alles okay, nur Mama nervt. Auf diese frühe Kritik an Videospielen reagierte Nintendo. In der Pokémon-Serie müssen Kinder Spielfiguren untereinander tauschen, um weiterzukommen. Es wird miteinander gespielt, statt nur alleine. In neueren Versionen wird sogar ein Schrittzähler mitgeliefert. Nur wer fleißig spazieren geht, wird vom Spiel belohnt. Auch heute noch ein ungewöhnlicher Ansatz. Jasmin und Stefan Bösing sind in den 1980er Jahren mit Videospielen aufgewachsen. Sie haben ihre Leidenschaft auf die Spitze getrieben, sammeln alles, was mit Videospielen zu tun hat. Sie sind große Fans von Herstellern wie Sony, Atari und Sega und besitzen fast sämtliche Konsolen seit den ersten kommerziellen Videospielen Mitte der 70er Jahre. Doch nur Nintendo hat ihr Herz erobert. Ja, hat es. Definitiv. Also schon in der Kindheit, als man die ersten Konsolen hatte, waren halt dann auch meistens Nintendo-Konsolen, weil die halt sehr populär waren. Und da hat das sofort eingeschlagen. Direkt ein großes Herz. Game Boy. Fing direkt an. NES. Auf jeden Fall. Das war von Anfang an. Das war halt für Kinder zugänglich, hat aber einen Charme, dass man ihn trotzdem bis heute als Erwachsener noch zu schätzen weiß. Zieht sich halt so durch. Das ist halt immer noch schön. Was aussieht wie ein Verkaufsraum, ist in Wirklichkeit Jasmins und Stefans Konsolenzimmer. Ein Museum für Videospielkultur. Auch wenn sie nicht zu Hause sind, Nintendo begleitet sie auf Schritt und Tritt. Wir wollten immer uns tätowieren lassen und eigentlich hat das Einzige, was da eine Rolle gespielt hat, war natürlich dann irgendwie Nintendo. Für mich. Ja, also der Punkt war, Tätow an sich ist ganz schön, aber die Sache war halt immer, ich hab mir gedacht, okay, es muss irgendwas sein, was eine Konstante ist im Leben. Was ich irgendwie seit der Kindheit habe, was ich bis heute habe, hab ich dann wirklich lange drüber nachgedacht. Und dann ist mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Alles klar, Videospiele sind halt die Konstante in meinem Leben, die sich halt komplett durchzieht. Und deswegen war dann halt die... Das war meine Idee. Ja. Meine. Das ist halt dann Super Mario, auf was sich halt alles herunterbricht. Das ist halt im Endeffekt Nintendo und Super Mario. Und auch Zelda. Und bei ihr dann halt auch Zelda. Link und Zelda. Junge Künstler beschäftigen sich mit dem Phänomen Nintendo. Hinterfragen auf oft ironische Art und Weise die Beziehungen zwischen Figuren wie Zelda und Link oder Super Mario und Donkey Kong. Es gibt spezielle Ausstellungen, meist im Rahmen von Messen, auf denen Werke wie diese auch mal für mehrere tausend US-Dollar verkauft werden. Sogar Sinfonieorchester spielen die Soundtracks aus Nintendo-Spielen, vor allem die Titelmelodie der Super Mario-Serie. Sie taucht genauso in der Popmusik, im Reggae oder im Hip-Hop auf. Zahlreiche Bücher beschäftigen sich mit Nintendo und dem bisherigen Erfolg der Firma. Doch bis sich Mario und Co. so tief in die kulturelle Großhirnrinde der westlichen Welt gebrannt hatten, war es ein langer und steiniger Weg. Keine andere Videospielfirma hat eine so lange und turbulente Geschichte wie Nintendo. 1889 wurde die Firma im japanischen Kyoto gegründet und stellte Hannafta her. Spielkarten, die vor allem in Japan und Korea auch heute noch gespielt werden. Zunächst waren Nintendo-Karten handgemalt, später wurden sie gedruckt. Wir besuchen den Verein Retro Games e.V. in Karlsruhe. Sammler und Bastler versuchen hier, die Spiele vergangener Zeiten zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Mario Berluti kennt die Frühgeschichte von Nintendo genau. Nintendo hat auch richtiges, normales Kinderspielzeug hergestellt. Sie kamen ja von den Spielkarten und haben dann alle möglichen Elektro- Also gerade in den 60er, 70er Jahren, da ging ja der Boom mit solchen kleinen elektronischen Spielgeräten einher. Und da war Nintendo eigentlich schon auch marktführend. Das technische Genie, dem Nintendo diese frühen Erfolge verdankt, heißt Gunpei Yokoi, der später den Game Boy entwickeln sollte. Seine erste Idee, die Ultra Hand, wurde in den 70er Jahren zum Riesen-Hit in Japan. Es folgten weitere Erfindungen wie das Ultrascope, ein Roboter-Staubsauger oder eine Zuckerwattemaschine. Nicht alle von Yokois Entwicklungen waren erfolgreich. Aber Nintendo machte sich weltweit einen Namen als Spielzeughersteller und baute sein Vertriebsnetz aus. Yokoi erkannte das Potenzial von Videospielen früh. 1980 erfand er die legendären Game & Watch Taschenkonsolen. Deren weltweiter Erfolg machte Nintendo Mut, in die USA zu expandieren. Doch dieser Schritt wäre der Firma fast zum Verhängnis geworden. Der neu gegründete US-Ableger investierte nämlich in einige tausend Arcade-Automaten, das in Japan beliebten Weltraum-Shooters Radar-Scope. Eine kompliziertere Variante des Klassikers Space Invaders. Doch das Spiel kam in den USA nicht an. Also die Kids in den Spielhallen, die standen nicht mehr so sehr auf Weltraum-Shooter. Und wie gesagt, Radar-Scope war ja ein Space Invaders Galaga-Klon. Also so ein typischer Weltraum-Shooter. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es ja auch schon Spiele wie Pac-Man oder so von Namco. Also das Spiel wurde überhaupt nicht angenommen in den Staaten. Und man saß dann plötzlich auf 2000 Radar-Scope-Automaten, die man nicht mehr an den Mann bringen konnte. Und die Firma, der ging langsam das Geld aus und man musste eine Lösung finden. In Arcade-Automaten sind die Spiele auf Platinen fest installiert. Ein einziges Gerät kostete damals mehrere tausend US-Dollar. 2000 Stück waren also mehrere Millionen wert. Für die musste Nintendo schnellstens ein neues Spiel entwickeln, um eine Pleite abzuwenden. Aber fast alle gute Spieleentwickler waren schon gebunden in andere Projekte. Und man griff sich dann einfach Shigeru Miyamoto heraus und hat gesagt, unter der Vorgabe, das war ja auch noch eine Schwierigkeit, man konnte ja nicht einfach frei ein Spiel entwickeln, so wie heute, indem man es per Software programmiert, sondern das musste ja auf die Hardware auch zugeschnitten werden. Also die Automaten liefen ja mit Platinen und dieses Spiel musste ja dann auch, sage ich mal, speziell für diese Platine dann auch entwickelt werden. Shigeru Miyamoto ist heute der Steven Spielberg der Videospiele. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, please welcome Shigeru Miyamoto. Doch in der Automatenkrise 1980 galt er bestenfalls als Nachwuchstalent bei Nintendo. Shigeru Miyamoto hat ja damals die Rechte nicht bekommen an Pop-Eye. Und man dachte sich, man tauscht einfach die Charaktere aus. Also der Protus bei Pop-Eye wird der Donkey Kong und die Olivia wird dann zur Pauline, wie sie in Deutschland genannt wird. Und der Mario oder damals noch, hieß er ja noch Jumpman, das wäre ja dann, das hätte der Pop-Eye dann sein sollen. Donkey Kong zählt heute noch zu den meistverkaufsten Arcade-Spielen überhaupt, also neben Pac-Man und Asteroids. Und das Arcade-Fieber eroberte auch Deutschland. Überall schießen Spielhüllen wie Pilze aus dem Boden und immer viel zu schnell heißt es Game Over. Meine Mutter sagte auch, ich sollte weniger Geld in die Automaten reinwerfen. Sag ich, ja, ich würde es auch tun, aber ich kann da nicht abkommen von den Automaten. Mitte der 80er wurden die Geräte per Gesetz aus der deutschen Öffentlichkeit verbannt. Doch in den USA hielt das Fieber zunächst an. Der Lehrer Steve Wiebe spielt Donkey Kong fast jeden Tag. Er war schon mehrmals Weltmeister, ein bis heute heiß umkämpfter Titel. Wiebe erklärt, warum das Spiel damals so erfolgreich war. Die Asteroids und Space Invaders waren black und white. Die Farben waren nicht sehr cool. Und es gab nur einen typischen Schrein. Du hast alle Asteroids, du hast den gleichen Blick und fühlen. Du hast alle Space Invaders, du hast das Spiel, du hast den gleichen Blick und fühlen. Pac-Man, du hast den gleichen Blick und fühlen. Also, dieser hat quasi vier Spiel in einem. Nintendo of America wurde durch den Donkey Kong Automaten definitiv gerettet. Also, wäre ein anderes Spiel gekommen, was nicht so erfolgreich gewesen wäre, dann hätte es Nintendo of America sicherlich nicht mehr lange überlebt. In den folgenden Jahren bekamen Arcade-Automaten Konkurrenz durch neue Heimkonsolen. Videospiele begannen, deutsche Wohnzimmer zu erobern. Auf Messen wie der Internationalen Funkausstellung waren sie schon Ende der 70er Publikumsmagneten. Das Bildschirmspiel wird an die Antennenbuchse des Fernsehgeräts angeschlossen, eine Kassette eingelegt und dann sind Intelligenz oder Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Schriften malen in allen Farben, Tontaubenschießen, auch eigentlich verbotene Glücksspiele wie 17 und 4, das brave Mühlespiel gegen den Computer, abstrakte Gemälde und so weiter und so fort. Die bisherigen Erfahrungen in den Messehallen unter dem Funkturm scheinen den Optimismus zu bestätigen. Die zwölf Plätze sind von früh bis spät dicht umlagert und nicht nur von Kindern. Es darf gespielt werden. Nintendo griff diesen Trend auf und entwickelte eine eigene Heimkonsole, das Nintendo Entertainment System, kurz NES. Passend dazu bekam Mario einen Bruder, Luigi. Und die Super Mario Bros. Serie sorgte dafür, dass weltweit Millionen NES-Konsolen verkauft wurden und die kleine graue Kiste zum Marktführer wurde. Dann jedoch verzockte sich Nintendo im Firmenpoker und schuf sich den ärgsten Konkurrenten und Erzfeind selbst, die PlayStation. Nintendo hatte bereits mit Sony zusammengearbeitet. Letzterer hatte den Soundchip des Super Nintendo oder S-NES gebaut, des Nachfolgers des NES, und mit dafür gesorgt, dass auch diese Heimkonsole die Nummer 1 wurde. Ein junger und begabter Sony-Ingenieur, Ken Kutaragi, hatte den Soundchip gebaut. Und Nintendo wollte nun, dass er ein CD-Laufwerk für das Super Nintendo-System entwickelt. Das Zubehör war bereits so gut wie fertig und die Fachpresse feierte es als großen Wurf, als Nintendo die Verträge überraschend aufkündigte. Aus der Geschichte heraus wissen wir, es ist ein bisschen blöd gelaufen dann für Nintendo, denn nachdem eigentlich Sony verkündet hatte, dass sie mit Nintendo eine Kooperation haben und dieses Laufwerk für die nächste SNES-Konsole produzieren möchten, hat Nintendo einen Tag später verkündet, dass sie eigentlich einen Deal mit Philips haben. Eine Entscheidung, die sich für Nintendo als katastrophäisch betrifft, katastrophal herausstellte. Sony hatte kein Geld bekommen und blieb auf dem Laufwerk sitzen. Der Elektronik-Gigant entschied, das Projekt auf eigene Faust weiterzuentwickeln und Nintendo herauszufordern. In diesem Prototyp-Modell liefen noch Nintendo-Spiele. Aus diesen Entwürfen jedoch wurde schließlich die Sony PlayStation. Und die PlayStation sollte alles bislang Dagewesene in den Schatten stellen. Mehr als zehn Jahre lang dominierte Sony den Heimkonsolenmarkt. Sony hatte zum einen den Vorteil, dass sie Spieler bedient hat, die Nintendo vorher nicht bedient hat. Also das, was wir vorher schon angesprochen hatten mit Hardcore-Spielern, also Spieler, die ein bisschen ernstere Themen suchen, nicht mehr so diese kindliche, spielerische Themen, bei denen Nintendo ganz stark war. Das war sicherlich ein Vorteil, den Sony hatte. Ein anderer Vorteil, wie ich finde, war natürlich der, dass die CD-ROMs die Sony einsetzte. Also dass es da Hacker gab, die mit Mod-Chips die PlayStation so modifiziert hatten, dass man gebrannte CDs auf einer PlayStation abspielen konnte. Mit der Möglichkeit, Raubkopien von Spielen zu nutzen, setzte ein Umdenken in den Köpfen mancher Konsolenbesitzer ein. Spiele mussten nicht mehr 50 Mark kosten. Es gab eine kostenlose Alternative, wenn auch eine illegale. Der große Erfolg der PlayStation zeigte aber auch, dass die erste Generation von Nintendo-Spielern erwachsen geworden war. Viele von ihnen interessierten sich nicht mehr für Super Mario und Co. Ihre Spiele hießen nun Grand Theft Auto, Hitman oder Tomb Raider. Meist erst ab 16 oder gar ab 18 Jahren frei. Gleichzeitig war es mittlerweile gesellschaftlich akzeptiert, dass auch erwachsene Videospiele spielen. Nintendo-Spiele waren vielen von diesen jungen Erwachsenen zu niedlich und zu kindlich. Ein Werbespot für das realistisch aussehende Autorennspiel Blur karikiert Nintendos bekanntestes Rennspiel Mario Kart, das recht bunt daherkommt. Blur verkaufte zwar nur einen Bruchteil des letzten Mario Kart-Spiels, aber sogenannte Hardcore-Spieler begannen Nintendo zu belächeln. Oh, Mann, ist das cool! Hey, gewinnen ist nicht alles, lass uns doch Freunde sein! Klappe, Pinky! Blur! Race like a Big Boy! Unzählige Fanvideos zeigen den Widerspruch zwischen der klassischen Nintendo-Optik und erwachsenen Spieleinhalten auf. Hier erscheint das realistische Kriegsspiel Call of Duty Modern Warfare 2 im harmlosen Look der Pokémon-Reihe. Andere nehmen die niedliche Optik von Spielen wie Wii Play aufs Korn, indem sie die knuffigen Figuren in einem makabren Kontext setzen. Wo ist Peach? Ich weiß nicht, was du sprachst. Sag mir, wo ist sie? Du bist ein Plumber. Du bist nicht so eine Art Hero. Wieder anderer erzählen die Handlung der Mario-Spiele, in der immer wieder eine entführte Prinzessin gerettet werden muss, mit realen Schauspielern nach. Wird Mario auf diese Weise aus seiner bunten Fantasiewelt gerissen, erscheint die Geschichte von einem Klempner, der Pilze und Sterne isst, um eine Prinzessin zu befreien, absurd bis skurril. Doch in der Firmenzentrale von Nintendo wurde diese Kritik lange ignoriert. Hier beharrt man darauf, anders zu sein. Schließlich ist es Firmenphilosophie gerade nicht, die Wünsche der Kunden zu bedienen. Aus diesem Ansatz heraus entstand die Wii. Nintendo wollte den Standard-Controller abschaffen und sie dachten in alle Richtungen. Einige der Entwürfe sehen aus heutiger Sicht sehr befremdlich aus. Am Ende setzte Nintendo auf eine Controller-Form, die allen Menschen in Form der Fernsehbedienung bereits geläufig war. Nur eben nicht, um damit zu spielen. Diese Vertrautheit und intuitive Bedienung erschlossen Nintendo ganz neue Käuferschichten. Nicht nur Kinder und jüngere Erwachsene spielten nun. Auch am anderen Ende der Alterspyramide begann Menschen, sich für Videospiele zu interessieren. Und dann den Knopf auslasten und schon fliegt die Kugel in die Mitte. Ja, jawohl, gut. So wie Gameboy und DS den Babysitter ersetzten, etablierte sich die Wii als Beschäftigungstherapie für Senioren. Die dazu passenden Videospiele waren unterhaltsam verpackte Gesundheitssoftware. Ja, jawohl, gut. Über Bewegungssteuerung wurde der Controller zum Tennis-Racket, zum Golfschläger oder einfach zur Verlängerung des eigenen Armes. Der Spieler musste dabei aktiv werden. Schwung holen statt Knöpfe drücken. Mit Titeln wie Wii Fit oder Wii Sports sollten sich Senioren körperlich fit halten können. Es gab nun auch Programme, mit denen Mathematik- oder Englischkenntnisse verbessert werden konnten. Gehirnjogging oder Braintraining versprachen geistige Fitness. Der gesellschaftliche Stellenwert von Spielen hat sich seitdem drastisch verändert. Wie schon der tragbare DS zuvor, erschloss die Wii ganz neue Käuferschichten und bescherte Nintendo die ersten fünf Jahre lang Verkaufsrekorde. Nach 2012 verkaufte sich die Wii schlechter. Sie wirkte veraltet, denn Nintendo verweigerte sich ganz bewusst auch technischen Trends. Sony und Microsoft hatten schon seit Jahren auf HD gesetzt, also auf hoch aufgelöste Grafiken und auf Online-Plattformen, über die ohne Einschränkung gespielt werden konnte. Beides bot Nintendo mit der Wii nicht an. Nintendo-Fans feierten diese Verweigerungshaltung als mutig. Mark Quambusch ist Branchen-Insider und sah diese Entwicklung damals aber kritischer. Ich weiß nicht, ob der Verzicht von Nintendo auf gewisse Innovationen, ob das wirklich mutig ist oder nicht, doch eher, ich sag mal, gewagt, weil den Online-Trend verschlafen zu haben. Und das haben sie de facto, hätte auch böse in die Hose gehen können. Und sie hatten das Glück, dass sie mit der Wii einfach durch Zufall, glaube ich, mehr das richtige Produkt zur richtigen Zeit hat, das all diese Mankos ausgeglichen hat. Aber das jetzt als Mördertreiber oder als ein Teil der Erfolgsgeschichte zu sehen, finde ich eher gewagt, weil Online ist heutzutage einfach. Also wir leben alle online irgendwie. Unsere Handys sind online, unsere Mütter sind fast schon online und sind bei Facebook. Und nur Nintendo weigert sich, ein ordentliches Online-Feature anzubieten. Immer und überall online zu sein, ist heute dank Smartphones und Netbooks selbstverständlich. Und genau dies ist die größte Bedrohung für klassische Spielekonsolen. Spiele lauern nun nämlich fast überall. In den App-Stores der Handy-Anbieter und auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google+. DoodleJump oder Farmville sind entweder gratis oder kosten rund einen Euro. Technisch gesehen wird leistungsfähige Hardware außerdem immer unwichtiger. Streaming-Dienste wie OnLive oder Gaikai ermöglichen es, dass selbst hochkomplexe PC-Spieler auf fast jedem Endgerät gespielt werden können. Setzen sich diese Dienste durch, werden Konsolen nicht mehr gebraucht. Wirtschaftsanalysten sagen Nintendo harte Zeiten voraus. Eigene Konsolen mit eigenen Speichermedien. So vermied Nintendo früher Verluste durch Raubkopien. Dies trug eindeutig zu ihrem Erfolg bei. Doch die Wii-Spieler von gestern sind die Facebook-Spieler von heute, sagt Marktanalyst Pacta. Und Nintendo kann nichts tun, um diese Spieler zurückzugewinnen. Sie haben viel größer Markt gegründet. Und das war die letzten fünf Jahre, glaube ich, das ist die Basis für ihre Erfolg. Und sie haben jetzt den Markt gegründet, die Iphone und Zynga. Und ich glaube, wie sie wieder zurückgekommen sind. Ich glaube, sie können nicht. Denn sie können immer preis-Kompetitiv sein können. Ever. Mit Free-Games. Ich glaube, sie können nicht. Ich glaube, sie können nicht. Die entscheidende Frage ist, ob heute noch genug Menschen bereit sind, für originelle Spiele und einzigartige Features viel Geld zu zahlen, wenn Facebook- und Smartphone-Spiele, die wenigstens kurzfristig auch Spaß versprechen, weitgehend gratis sind. Nintendos aktuelle tragbare Konsole, der 3DS, hat sich nach einem holprigen Start behauptet und wurde inzwischen bereits über 30 Millionen Mal verkauft. Ende 2012 erschien mit dem Nachfolger der Wii wieder eine neue Nintendo-Heim-Konsole. Sie ist deutlich leistungsfähiger, endlich auch HD-fähig und sie hat eine Art Tablet als Hauptcontroller. Doch bislang blieb die Konsole deutlich hinter den Erwartungen zurück. Wird sich die Wii U wieder 3DS berappeln? Wird sie zum Retter in der Not? Oder ist es das letzte Aufbäumen des Spiele-Giganten? Hat Nintendo eine Zukunft? Wenn ich mir jetzt die letzten 30 Jahre anschaue und sehe, was für ein Auf und Ab es für Nintendo gab, dann bin ich ganz persönlich auch der Meinung, dass die schwierigsten Jahre für Nintendo wahrscheinlich jetzt ranbrechen werden. Weniger ist ja manchmal mehr. Das war ja immer so Nintendos Motto, so ein bisschen. Wir bringen nicht viel auf den Markt, aber dafür die Bewegungsspeicherung. Zack, reicht. War der Knaller. Diesmal ist halt die eierlegende Wollmilchsau, so gesehen, ist halt die Wii U zu sein. Jetzt ist wirklich ganz wichtig, die richtigen Spiele zur richtigen Zeit am Start zu haben, diese Funktion auch wirklich alle auszureizen. Also die müssen perfekt funktionieren. Der komplette Videospielemarkt wird im Moment umgekrempelt. Also ich sehe da Apple mit seinen iPod Touches und iPads und den ganzen iOS-Geräten als sehr starke Konkurrenz an. Also die werden es Nintendo sehr, sehr schwer machen. Nachdem Nintendo eine Zeit lang wieder große Sieger aussah, habe ich jetzt so das Gefühl, wird es schwierig. Also die haben so den Konsolentod mal so ein bisschen aufgeschoben, aber ob sie mit der Wii U jetzt so einen Erfolg haben, würde ich zumindest mal ein Fragezeichen versehen. Auch auf der Titelseite des Jahresfinanzberichts 2011 von Nintendo prangte ein Fragezeichen. Für Nintendo bedeutet es allerdings nicht Ungewissheit. Es ist ein bekanntes Symbol aus den Super Mario-Spielen. Und es steht für eine positive Überraschung. Mario Berluti kennt die Frühgeschichte von Nintendo genau. Nintendo hat auch richtiges, normales Kinderspielzeug hergestellt. Also sie kamen ja von den Spielkarten und haben dann alle möglichen Elektro- Also gerade in den 60er, 70er Jahren, da ging ja der Boom mit solchen kleinen elektronischen Spielgeräten einher. Und da war Nintendo eigentlich schon auch marktführend. Das technische Genie, dem Nintendo diese frühen Erfolge verdankt, heißt Gunpei Yokoi, der später den Game Boy entwickeln sollte. Seine erste Idee, die Ultra Hand, wurde in den 70er Jahren zum Riesen-Hit in Japan. Es folgten weitere Erfindungen wie das Ultrascope, ein Roboter-Staubsauger oder eine Zuckerwattemaschine. Nicht alle von Yokois Entwicklungen waren erfolgreich. Aber Nintendo machte sich weltweit einen Namen als Spielzeughersteller und baute sein Vertriebsnetz aus. Yokoi erkannte das Potenzial von Videospielen früh. 1980 erfand er die legendären Game & Watch Taschenkonsolen. Deren weltweiter Erfolg machte Nintendo Mut, in die USA zu expandieren. Doch dieser Schritt wäre der Firma fast zum Verhängnis geworden. Der neu gegründete US-Ableger investierte nämlich in einige tausend Arcade-Automaten, das in Japan beliebten Weltraum-Shooters Radar-Scope. Eine kompliziertere Variante. Nintendo hat ja Universen geschaffen. Eigentlich haben ja alle gedacht, Nintendo ist tot und wenn die Wii nicht erfolgreich ist, dann war es das. Anybody under 30, you know, their first experience was a Nintendo-Konsol. Super Mario war bei meiner Einschulung dabei. Super Mario war beim Führerschein, beim Abitur dabei. Wir hatten ja eine Super Mario Hochzeitstorte, eine vierstöckige, also Super Mario. Mit unserem Leben lang begleiten. Hallo, es ist mir, Mario. Nintendo hat Videospiele zwar nicht erfunden, aber die japanische Firma hat sie in über 30 Jahren wie keinem Mitbewerber geprägt. Das Tempo für Taschentücher, Q-Tip für Wattestäbchen, das ist Nintendo für Videospiele. Der Markenname ist synonym für eine ganze Industrie geworden. Nintendo-Spiele sind seit Jahrzehnten allgegenwärtig. In Cafés, in Kinderzimmern, auf Schulhöfen, in Bussen und Bahnen. Der erste Kontakt mit Videospielen läuft in der Regel für Kinder über Nintendo-Konsolen. Nintendo-Figuren sind die bekanntesten Phänomen Nintendo, hinterfragen auf oft ironische Art und Weise die Beziehungen zwischen Figuren wie Zelda und Link oder Super Mario und Donkey Kong. Es gibt spezielle Ausstellungen, meist im Rahmen von Messen, auf denen Werke wie diese auch mal für mehrere tausend US-Dollar verkauft werden. Sogar Sinfonieorchester spielen die Soundtracks aus Nintendo-Spielen, vor allem die Titelmelodie der Super Mario-Serie. Sie taucht genauso in der Popmusik, im Reggae oder im Hip-Hop auf. Zahlreiche Bücher beschäftigen sich mit Nintendo und dem bisherigen Erfolg der Firma. Doch bis sich Mario und Co. so tief in die kulturelle Großhirnrinde der westlichen Welt gebrannt hatten, war es ein langer und steiniger Weg. Keine andere Videospielfirma hat eine so lange und turbulente Geschichte wie Nintendo. 1889 wurde die Firma im japanischen Kyoto gegründet und stellte Hanafta her. Spielkarten, die vor allem in Japan und Korea auch heute noch gespielt werden. Zunächst waren Nintendo-Karten handgemalt, später wurden sie gedruckt. Wir besuchen den Verein Retro Games e.V. in Karlsruhe. Sammler und Bastler versuchen hier, die Spiele vergangener Zeiten zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich Spielefiguren überhaupt. Keine andere Serie hat sich besser verkauft als Mario und die Pokémon. Von Beginn an war die Faszination von Videospielen bei Kindern so groß, dass es Eltern unheimlich war. Und Nintendo als Marktführer geriet unter Generalverdacht. Stundenlang jault, knallt und brüllt es aus dem Kinderzimmer. Und bei dem Versuch der Eltern in diese Welt einzudringen, werden sie häufig mit dem sogenannten Nintendo-Blick gemustert. Sag mal, bist du nicht ganz richtig im Kopf? Ich rede mit dir! Der Sohnemann sieht's gelassen. Alles okay, nur Mama nervt. Auf diese frühe Kritik an Videospielen reagiert die Nintendo. In der Pokémon-Serie müssen Kinder Spielfiguren untereinander tauschen, um weiterzukommen. Es wird miteinander gespielt, statt nur alleine. In neueren Versionen wird sogar ein Schrittzähler mitgeliefert. Nur wer fleißig spazieren geht, wird vom Spiel belohnt. Auch heute noch ein ungewöhnlicher Ansatz. Jasmin und Stefan Bösing sind in den 1980er Jahren mit Videospielen aufgewachsen. Sie haben ihre Leidenschaft auf die Spitze getrieben, sammeln alles, was mit Videospielen zu tun hat. Sie sind große Fans von Herstellern wie Sony, Atari und Sega und besitzen fast sämtliche Konsolen seit den ersten kommerziellen Videospielen Mitte der 70er Jahre. Doch nur Nintendo hat ihr Herz erobert. Ja, hat es. Definitiv. Also schon in der Kindheit, als man die ersten Konsolen hatte, waren halt dann auch meistens Nintendo-Konsolen, weil die halt sehr populär waren. Und da hat das sofort eingeschlagen. Direkt ein großes Herz. Game Boy, fing direkt an, NES. Ja, auf jeden Fall. Das war von Anfang an. Das war halt für Kinder zugänglich, hat aber einen Charme, dass man ihn trotzdem bis heute als Erwachsener noch zu schätzen weiß. Zieht sich halt so durch. Das ist halt immer noch schön. Was aussieht wie ein Verkaufsraum, ist in Wirklichkeit Jasmins und Stephans Konsolenzimmer. Ein Museum für Videospielkultur. Auch wenn sie nicht zu Hause sind, Nintendo begleitet sie auf Schritt und Tritt. Wir wollten immer uns tätowieren lassen. Und eigentlich hat das Einzige, was da eine Rolle gespielt hat, war natürlich dann irgendwie Nintendo. Also der Punkt war, ja, also der Punkt war, Tätow an sich ist ganz schön, aber die Sache war halt immer, ich hab mir gedacht, okay, es muss irgendwas sein, was eine Konstante ist im Leben, was ich irgendwie seit der Kindheit habe, was ich bis heute habe. Hab ich dann wirklich lange drüber nachgedacht. Und dann ist mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Alles klar, Videospiele sind halt die Konstante in meinem Leben, die sich halt komplett durchzieht. Und deswegen war dann halt die... Das war meine Idee. Ja, aber da ist halt dann Super Mario, auf was sich halt alles herunterbricht. Das ist halt im Endeffekt Nintendo und Super Mario. Und auch Zelda. Und bei ihr dann halt auch Zelda. Ja, Link und Zelda. Junge Künstler beschäftigen sich mit dem...